Herzlich willkommen bei diesem Video zum Thema Strom-Zeitkurven. Zuerst möchte ich nur ganz kurz zusammenfassen, wiederholen und ergänzen, was Sie bisher in den einzelnen Lektionen kennengelernt haben, um dann die normativen Grenzen besser zu verstehen. Als erste Wirkung ist das Wahrnehmen zu nennen. Ab einem bestimmten Reiz kann man elektrischen Strom spüren, in Form von Kribbeln zum Beispiel. Dies ist normalerweise nicht gefährlich im physiologischen Sinn. Die Wahrnehmgrenze, also der Stromwert, ab dem es möglich ist, diesen wahrzunehmen, ist von Person zu Person abhängig. Interessant jedoch ist, dass der menschliche Körper gerade im Frequenzbereich der öffentlichen Energieversorgung, also bei 50 Hertz, besonders empfindlich ist. Dazu wurde schon vor einiger Zeit Untersuchungen an Menschen von Ossipka, Koch oder auch Daltzel durchgeführt und statistisch ausgewertet. Interessant auch, dass bei Frauen die Wahrnehmbarkeitsschwelle bei circa zwei Drittel von der von Männern liegt. Ist die Intensität stärker, kommt es zu Muskelkontraktionen einzelner Körperregionen und sie verkrampfen sich. Ganz typisch ist das zum Beispiel für die Handmuskulatur. Umgreift man einen unter Spannung stehenden Leiter, so kann man ab einer gewissen Stromstärke diesen Leiter nicht mehr loslassen. Man spricht dann von der Loslassgrenze. Die physiologischen Wirkungen können zwar auch durchaus schmerzhaft sein, verursachen im Allgemeinen jedoch keinen Schaden. Trotzdem können solche Reaktionen eine Person erschrecken. Die Folge davon können Sekundäranfälle wie zum Beispiel Stürze sein. Bei noch stärkerer Intensität erhöht sich dann die Gefahr des Herzkammerflimmerns. Die Schwellen zum Herzkammerflimmern wurden mithilfe von Tierversuchen an zum Beispiel Schafen, Schweinen, Hunden und Kälbern ermittelt. Auf diese Wirkungen wahrnehmen, loslassen und Herzkammerflimmern werde ich nun im weiteren Video näher eingehen. Nur ganz kurz möchte ich jetzt auch noch andere Wirkungen erwähnen. Also die Verbrennungen in Form von Strommarken, die Möglichkeit von Veränderungen im Blut, die in weiterer Folge beispielsweise zu Nierenschäden führen können oder eben auch die Gefahr, die von Störlichtbögen ausgehen können. Diese Gefahr reicht vom Verblitzen der Augen über Elektrobrände bis hin zu Explosionen. Als erstes nun zum Wahrnehmen. Im Grunde funktioniert der menschliche Körper ja mit elektrischen Stromimpulse. Jede Zelle, Nervenzelle als auch Muskelzelle arbeiten damit. Die Wirksamkeit eines Stromimpulses auf eine Nervenzelle hängt von folgenden Parametern ab. Als erstes ist die Intensität zu nennen. Also hier die Stromstärke und das dazugehörige Aktionspotenzial an der Zelle. Das heißt, je höher die Stromstärke, desto eher reagiert die Zelle auf den Impuls. Und dies geschieht nach einem Alles-oder-nichts-Prinzip. Das bedeutet, entweder der Impuls hat eine gewisse Stärke und die Nervenzelle reagiert oder eben nicht. Es gibt hier kein Zwischenstadium. Die zweite Komponente ist die Nutzzeit, also die Dauer des Stromflusses. Ist die Nutzzeit zu klein, ist ein Reiz unwirksam. Und die dritte Komponente ist die Steilheit des Impulses. Steigt ein Impuls zu langsam an, obwohl er die entsprechende Nutzzeit und auch die Intensität besitzt, ist dieser Reiz trotzdem unwirksam. Und schon sind wir mittendrin bei den IEC 60 für 79 Strich 1 Kurven, also die normativen Grenzen. Ich erarbeite mit Ihnen nun das Stromzeitdiagramm, wie hier dargestellt. Beim Stromzeitdiagramm ist auf der waagrechten Achse der Körperstrom IB logarithmisch in Milliampere aufgetragen. Der Körperstrom ist der Gesamtstrom, der an einer Stelle des Körpers eintritt und an einer anderen Stelle aus. Auf den Strompfad gehe ich später noch etwas genauer ein. Auf der senkrechten Achse ist die Durchströmungsdauer eingetragen. Diese kann für Ingenieurinnen und Ingenieure auf die Fehlerzeit umgelegt werden, also jene Zeit, die zwischen Eintreten eines Fehlers, zum Beispiel eines Erbschlusses, bis zum Erkennen und Löschen des Fehlers, also das Ausschalten des dazugehörigen Stromkreises, vergehen kann. Als erstes der Bereich AC1 bis zur Grenzlinie A, die Wahrnehmbarkeitsschwelle, hier in grün dargestellt. Ein Körperstrom von 0,5 mA ist für den Großteil der Bevölkerung nicht oder gerade noch wahrnehmbar. Als nächstes hier die Grenzlinie B, die Loslassschwelle, die Grenze hin zu starken Muskelkontraktionen. Das heißt, in dem hier nun blau gekennzeichneten Bereich ist es wahrscheinlich, dass es zu willkürlichen Muskelkontraktionen kommt. Je höher die Stromstärke bzw. die Durchströmungsdauer, umso wahrscheinlicher. Je näher man zu dieser Grenzlinie B kommt, umso stärker ist das Schmerzempfinden und die physiologischen Schäden, wie zum Beispiel Verbrennungen, treten im Allgemeinen nicht auf. Nun kommen wir zu den sogenannten Flimmerschwellen, zu den Kurven C1, C2 und C3, hier in orange, rot und dunkelrot dargestellt. In diesem nun orangen Bereich zwischen der Grenzkurve B und C1 kann es nun zu sehr starken, schmerzhaften Muskelkontraktionen kommen. Das Atmen kann schwer fallen und Herzrhythmusstörungen können auftreten. Diese sollten jedoch nicht in den Herzkammerflimmern münden, also reversibel sein. Organische Schäden sind eher unwahrscheinlich. Kommen wir nun in die Bereiche mit erhöhter Lebensgefahr. Rechts von dieser Grenzkurve C1 können Atemstillstand, Herzstillstand und Verbrennungen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit von Auftreten von Herzkammerflimmern ist mit den Kurven C2 und C3 beschrieben. In diesem Bereich zwischen der Kurve C1 und C2 ist die Wahrscheinlichkeit zum Auftreten von Herzkammerflimmern unter 5%, ansteigend mit zunehmender Stromstärke und durch Strömungsdauer. Im nun dunkelrot dargestellten Bereich steigt diese Wahrscheinlichkeit auf bis zu 50% an. In Normen, die wir beispielsweise auf die IEC 60 für 79-1 aufbauen, wird in Europa meist die Kennlinie C2 nun noch einmal extra hervorgehoben als die maßgebende Grenzlinie herangezogen. Das heißt, die Schutzvorkehrungen und Maßnahmen müssen so designt werden, dass entweder nur niedrige Ströme möglich sind oder dass früh genug ausgeschaltet wird. Wir müssen also schauen, dass wir immer links von dieser Kurve sind. Was noch erwähnenswert ist? Bei Durchströmungsdauern unter 200 Millisekunden tritt Herzkammerflimmern nur auf, wenn sich das Herz gerade in der vulnerablen Phase befindet. Diese Bereiche gibt es nun auch für Gleichstrom. Hier im Bild. Damit wir ein schnelleres Gefühl dafür haben, wie denn die Wirkungen von Gleichstrom im Vergleich zu Wechselstrom sind, habe ich Ihnen in der folgenden Grafik nun die Wechselstromkurven durchgezogen und die Kurven für Gleichstrom dargestellt. Hier erkennt man, dass alle strichlierten Kurven nach rechts verschoben sind. Dies bedeutet nun ganz allgemein, dass der Mensch prinzipiell auf Gleichstrom weniger sensibel ist wie auf Wechselstrom. Daher kommt es auch, dass beispielsweise in den Niederspannungsverordnungen für 50 Hertz 50 Volt und für Gleichstrom 90 Volt als eine höhere Federspannung zugelassen wird. Eine Kleinigkeit möchte ich Ihnen nun auch nicht verheimlich. Die vorher dargestellten Grenzen für Herzkammerflimmern wurden bzw. werden immer wieder neu diskutiert und in unterschiedlicher Literatur bzw. Norm anders dargestellt. So findet man beispielsweise in der IEEE STD 80 noch die statistische Interpretation nach Talziel und die dazugehörigen Formeln, hier in blau eingezeichnet, sowie die sogenannte Z-Kurve nach Biegelmeyer. Diese ist hier in Grün durchgezogen. Im ESF-Bericht Nummer 6 der Stiftung Elektroschutz haben die Autoren auf Basis von neueren statistischen Auswertungen der bisherigen Messergebnisse an Schweinen und Schafen die grün strichliert dargestellte Linie für ein vertretbares Risiko vorgeschlagen. Was heißt dies nun alles für uns? Wir dürfen gespannt sein, wohin die neuesten Untersuchungen führen und welche Grenzen es in Zukunft geben wird. Nun zum Schluss aber noch zu einem sehr wichtigen Aspekt, den man bei all diesen Kurven noch berücksichtigen muss. Sie haben bereits gehört, dass für das Herz wesentlich ist, welcher Stromanteil über das Herz fließt und dieser Stromanteil ist vom tatsächlichen Strompfad abhängig. Es ist also nicht egal, ob der Strom nun von der linken Hand zu den Füßen oder beispielsweise von der rechten Hand zu den Füßen fließt. Die Kurven für das Herzkammerflimmen von vorhin sind alle für den Strompfad linke Hand und Füße angegeben. Für alle anderen Strompfade müssen die Werte mit dem sogenannten Herzstromfaktor umgerechnet werden. Um den Strom ausrechnen zu können, der für einen anderen Strompfad die gleiche Wahrscheinlichkeit für Herzkammerflimmen verursacht wie für den in den Grafiken angegebenen Referenzpfad, muss man den Referenzstrom, also den Wert vom Diagramm, mit dem Herzstromfaktor dividieren. Auf die Herzstromfaktoren wird näher im Anwendungsbeispiel zu den Stromzeitkurven eingegangen. Und nun zur Zusammenfassung. Wir haben in diesem Video gelernt, dass die Wirkung des elektrischen Stromes nicht nur vom Körperstrom abhängen, sondern auch von der Durchströmungsdauer, also der Zeit. Dies haben wir uns näher mit den sogenannten Stromzeitkurven angesehen und auch bemerkt, dass der menschliche Körper auf Gleichstrom weniger empfindlich reagiert als auf Wechselstrom. Sie haben die Grenzen für das Wahrnehmen, für die Muskelverkrampfungen, also das Loslassen und schließlich auch die Grenzen mit Lebensgefahr kennengelernt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie können die Gefahren des elektrischen Stromes nun besser einschätzen und setzen sich und andere Personen nicht unnötigem Risiko aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.